halli hallo hallo ich mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu worms clan wars ich bin der onkel und wieder mit am start ist der dynamo mann dynamo menschen und der noxi von noxysinate fast richtig servus leute und weiter geht es wir haben jetzt mal auf standard gestellt mal gucken wie jetzt das match wird wir machen natürlich wieder random und wir haben jetzt jetzt geht es los in der höhle okay jetzt wird es schwer aber kann natürlich auch die decken und wände zum benutzen jetzt habe ich wieder das teleporten eingestellt habe ich nicht mehr es gibt es whole lot of ich möchte anfangen ich jetzt ganz einfach mal also du hast sogar eine fettader auf dem rücken bei deinen führer mann äh wenn du es richtig machst dann knallt es gleich richtig naja das habe ich schon vor schade schade na au ich hab dir aber trotzdem wo dahinten ist ein Dino guck mal im Hintergrund äh wie hältst du ein langer Hälter und ist ein Häus ich bin die königin der welt was haben wir hier für scheiß waffen was das denn ach das ist der teleporter ok 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 ohne wasser geil 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 zwei kills erfrochen was oh scheiß ooooh ich komm nicht hoch ooooh ich komm nicht hoch ooooh nicht das ok das ja oh zwei kills auch wirklich ey boah ja hallo ich möchte danke so Brandbombe Nummer 3 geht ooooh doch 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 ja gut 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 ja genau dann stoppe hehehe ne ich hab ganz vergessen wenn du die dicken Würmer hast und machst den Wasserjetpack bzw. den normalen hast du nur die Hälfte an Leistung hehehe so was haben wir denn hier das weiß ich nicht Giftwaffe ja dann es das mal gegenwind hehehe die war natürlich gut die Waffe so ich glaube es war die Waffe von Doktor Nefario weil ich einfach unverbesserlich ach so ja das war die Forz-Kranone ja die Forz Forz apropos hast du eigentlich schon mal Forza gespielt ja ich schon ne ne wie war's stinkt langweil nein Forza ist cool ja Forza ist ein cooles Spiel ach da ohne bin ich ok ok ähm ja äh was hab ich denn an was ist das denn ach das ist die Giftwaffe ja klar was auch sonst äh riech denn mal gleich mal schön den Zug verkackt das kotzt mich jetzt wieder an was du hast den Zug gekackt oh gott oh gott oh gott oh gott das gibt's nicht mann der stand so geil dort oben hast du eigentlich letztes Miete bezahlt hä Schnecksche hast du Miete bezahlt hast du Bückstück yeah äh gott nein nein ja nein oh gott mama ich hab ihn lieb oh gott duf duf mhm sehr interessant was er gemacht hat was denn ich bin safe den Eimer Mann ach der wär sogar jetzt dran gewesen hehehe ja Unkel musst du halt erstmal dran glauben Neeeeeein jetzt einfach ne dicke rote Kotstulle in die Mitte ach guck mal der Bronto guckt zu uns oh das das ist jetzt nicht dein Ernst hey das war bis jetzt bis jetzt war es doch friedlich ich ich setzen einfach mal und ach was war das Maulwurf ok ok so so war es irgendwie nicht so effektiv aber hm ja ich dachte ich auch der krebs sich direkt sein krebs runter so ok ok so liebe Freunde was machen wir denn was machen wir denn dann benutzt du grad deinen eigenen Kollegen als Podest ok task was successful auha dat geht nach Hände los neun hehehe hallo nein das gibt es doch gar nicht warum geht die denn schon boah ha ha nix blitgänger doch hä doch das waren blitgänger hast du ein Schwein hast du ein Schwein das war excellent wir brauchen mehr Aktion hu ich arbeite ich trainere gerade schon aus oder stimulär Theoretisch, bis die Abflache, uiiii. 3, 2, 1. Nein, nein, vergifte ihn nicht. Vergifte ihn nicht. Ciao. Schlappe Sepp? Ne, Antonio. Nein, bei mir. Schlappe Sepp. Äh, Antonio. Nochmal als Wiederholung für die, die es noch nicht wissen, die ganzen Namen für meine, meine Dings sind alle Teammitglieder von GameStop. Da könnt ihr die wenigstens noch mal lesen, auch wenn sie kaum da sind. AgroColp werdet ihr jetzt in Zukunft wieder in mehreren Projekten sehen. Oh Gott, lass bitte nicht das Ei hochgehen. Oh Gott. Nein! Jawoll. Geht das Ei hoch? Denk ich irgendwann schon. Ah, Leute, ich glaub ich hab Hodenkrebs. Mein Ei ist hart und grün. Aber er ist jetzt wenigstens vergiftet. Aber ich glaub an dem Gift kann man nicht sterben. Ach du. Olli, ich kann's dir nur sagen. Das ist ganz heiße Ware. das ding das ding ist so übel alles wie groß ist denn der einschlagding gedöhnt das ist nur mehr kraft mehr alles ich wollte ich wollte b drücken ab x gedrückt scheiße und so lernte mein dicker wurm fliegen zündet hey 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 hallo du weißt schon dass ich noch eine stange tnt habe ja wie verdammt feuerpuste mit nicht leben ich bin total alleine ja sei doch froh du hast einen blindgänger vor dir und ein bisschen wasser könnte auch pipi sein ja würde ich mal sagen machen wir mal hier den dings ja ja geh doch mal aber ich habe mir mal hier aufgebaut ach so ja nein ach so nein 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 Jey So Wind geht aber noch nach da Oh Gott Nein das alles alle Oh Gott Ah fuck Oh Gott das ist wackelt Hä? Wo warst du jetzt? Achso weil du vergiftet bist Yes Sir Okay jetzt bist du nicht mehr vergiftet Aber weißt was da hilft Hä Schneckchen weißt was da hilft Oh ich hab ich hab Oh ich hab ne Idee Einfach Nein Irgendwas wird schon getroffen Kann nur richtig sein Huah Auah BAM BAM Was ist immer die Zeit abwarten du da Wenn du dich bewegst? Ach du guckst dann immer rum Was? Wenn die Zeit abläuft dann guckst du immer rum Ja Ja das Mhm 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 Ach ne Ja du hast mir aber getroht deswegen muss ich hier mal Du kommst eh nicht dahin Du hast mir aber getroht Du kommst eh nicht dahin ja ich häng mit dem Kopf schon in der Wand In der Wand Aber wenn du da drüben bist kannst du einfach wieder zurückspringen Das ist ja das lustiger Theoretisch kannst du einfach nur Stahl Also so einen Stallträger davor sitzen Oder rein Wieso gibt denn das für einen Sinn Dann kommen wir ja gar nicht mehr raus Ist aber safe Das ist irgendwie voll dekoriert hier Das ist irgendwie voll dekoriert hier Warte wieder Incoming Objekt Denke ich mal Ok Oh das sieht nicht gesund aus Wow Oh das sieht Nee 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 Onkel Das ist nee Das ist nicht gesund Ich sitze auf einer explodierenden Atombombe Ich würd's sein lassen Och Dino-Eye genannt Ja Ok ähm Alles seine Richtigkeit Ja da geht der Nein Mann verdammte Kacke Na So Ebt der Onkel Sein Weg In den Skrub Alter Das auch In den Skrub Oh Tsk 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 Willkommen will sized Ich hab ne ganz böse Vorhahnung. Oh shit. Oh dear. Uh oh. Bye bye. Oh fuck. Aua. Ich lebe noch. Boah ich lebe noch. We hear you loud and clear. Hallo Freunde. Wie gehts? Hey, weißt du wie ich den nennen müsste? Urmel. Dann wäre ich das Urmel auf dem Ei. Oh Gott. Du müsstest mich jetzt anvisieren. Oh Gott. Nein. Oh man. Nein. Ja weißt du Dynamo hättest jetzt mal überlebt. Ah haha haha. Hehehe. Ah haha. Ja das ja was ich weiß was man ist. denn du bist so im arsch ja du wieso ich wollte ich kann dir keine 90 schaden machen aber ich ich wollte jetzt eigentlich auch wieder ein geschütz dahin positionieren damit er sich aber nicht bewegen können heiße das war so nicht geplant mama nein cool springen vom wasser willst du mich verarschen das ist aber nicht gesetzkonform nur auf 7 4a des interstellaren gesetzkodex ist das nicht regelkonform bitte was jetzt kommen jetzt ich bin dein babi Mama, ich bin ein Barbie. Alter, ich müsste jetzt eigentlich... Ey, warte mal, ich habe irgendwo eine Lineal rumliegen. Ah, ernsthaft. Folgendes. Jo, der ist gut. Nee, der ist nicht gut. Ossa! Der trifft nicht. Doch, du hast zwei Schaden. Ah, ich darfst dich kriegst. Waa? Wut? Alter. Scheiße, ich habe jetzt Raketenwerfer genommen. Wäre der durchgekommen. Wahnsinn. Du weißt schon, dass da unten eine Mine liegt. Ist aber auch gleich umgedreht. Nee, bei dem, also wenn du die Kisse kriegst, das wird kritisch. Mal nur. Ich habe gerade das Feld, du hast zehn Münzen bekommen und ich habe nichts mehr gesehen. Ich habe gerade zur Herzohrverzeihung gehört. Aber... Kine? Was? Okay. Egal. Tschüss. Oh ja, da oben, da ist praktisch viel los. Nein. Ach, falscher Knopf. Scheiße. Ach, kackt doch. Die Wand an. Ja, gut, reden Sie gleich nicht mal mit mir, bloß weil ich es mal verkackt habe. Ich bin gerade am Pläne schmieden. Schmlede blieben? Ja. Ah, hup! Die Schwäne blieben. Äh. Oh, der war gut. Ich habe sowieso dieses Wasser geschützt. Wer rollt der so lang, ey? Er rollt so spät durch Nacht und Wind. Es ist das Geschütz auf seinem Rind. Aber aber Dynamo sitzt da gar nicht drauf. Ist das dein Ernst? Ja, ich sage dir, ich sage dir. Ach, schau! Er hält ihn sicher, er hält ihn warm, das Wasser war fort. Er kam nie an. Ähm. Hallo Hans. Tschüss Hans. Ey, das ist Hans im Glück. Siehst du doch am Bad. Boom, run. Boote. Ah, ah, es rutschig. Mach mal, ich rutsche. Ich würd mal sagen, der Plan hat geklappt. Boah, jetzt. Wir haben Kontakt. Over. Du hast nen Plan? Ich wollt's grad sagen, ey. Ja, das war mein Plan gewesen. Ich glaub dir irgendwie grad nicht. Weißt du, vorgestern hab ich's erst mal nackt gesehen und jetzt schon sagen, er hat Pläne. Hey, 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 das war'n Witz. Verdammt! Au. Die Hälfte ist weg. Ja, ich hab' dich rausgelockt. Das war alles Teil meines Planes. Du musst mal erinnern, dass ich vor uns mit der Waffe 60 Schaden gemacht hab, ne? Achso, jedes Mal getroffen, uah Arisch. Ja. Hey. Oh nein. Weißt du, was hilft? Bei Blasenschwäche hilft immer noch Syllusium akut. Du. 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 Wie. Das finde ich jetzt nicht nett. Er hat zwei Würmer. Der eine hat zwei und der andere neun. Komm. Ey. Nee. Komm, opfer dich. Sag einfach nein, du möchtest nicht. Du bist doch bekennender Pazifist. Lass es sein. Warte, hab ich dir get... Oh Gott. Wo mir das war. Gut. 76. Ich reiß euch alle mit. Komm, komm. Oh, ein Leben noch. Ein Leben noch. Oh, das hätte... Ja gut, der eine läuft jetzt eh. Meiner ist zerstört, oh Gott. Der eine läuft jetzt eh. 05, da ist ein Signal confirmiert. Ah. Ist doch wieder sowas, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Was du mit dem guten Raketenwerfer bist, ist er schon mal ausgenockt. Bin ich gut mit dem Raketenwerfer? Das ist ja dynamotastisch. Ja, wow. Oh, ich bin eh bald ausgenockt. Ich würde ja auf Nox hier gehen, weil der dort oben... Ach, krass. Ich hab noch einen, das bringt nichts. Ja, mit 100 Leben. Das ist egal. Jetzt aber. Ja, ganz egal. Komm, der eine ist ohne Wasser. So, Dynamo ist weg. Jawohl. Oh. Und der auch ohne Wasser. So, jetzt noch den Wixi. Äh, Noxi. Das hat er leider hat er. Der Yamaha. Man nennt mich auch Yamaha-Boy. Sample Show Liquid as H2O. Krishy, ich glaube, dir geht es jetzt gleich nicht mehr gut. Wenn ich mich nicht verdrücke, läuft alles gut. Waterpresence confirmiert. Piu, Junge. Ich sage nur Piu. Magik. Warum gehst du da drunter? Weil ich geil bin. Sample Show Liquid as H2O. Du hast einen? Nein. Natürlich. Hm. Da ist jetzt halt nur, was mache ich? Mache ich einen auf Dynamo? Nee. Sei zu feige. Waterpresence confirmiert. Das waren viele Dreien. Da waren nicht nur Dreien. Ich kam irgendwie auf vier Dreien. Also irgendwo war der Eins dabei. Ist das jetzt der Einzige noch da drüben? Ja. Das ist jetzt One vs. One. Oh ja. Waterpresence confirmiert. Hallo. Wurde ich sagen. Hm. Keine Ahnung. Alter, wie ging jetzt? Ach so. Nein! Der war fast gut. Initialisation war gut. Ja. Alter. Du hast so ein Loch hinter dir. Soll das da sein? Was? Das sieht so kuhmisch aus. Ich glaube, diesmal wird Maxi. Hm. Ich... Ich glaube, ich muss gleich mal wieder mein Lineal ausholen. Das ist Magik. Oh Gott. Nein! Doch, doch. Mama! War zu hoch. Wir hören dich laut und klar. Okay, ähm... Scheiße. Ja, meine lieben Physiker-Freunde. Sagt mal, wie ihr den Move fandet. War es physikalisch berechnet oder war das scheiße? Scheiße würdest du ja sagen, oder? Hey, 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 hey. Ihr sollt mit eigener Meinung reingehen, nicht mit der Realität. Was ist denn das? Was ist die Realität? Ja. Passiert, ne? Das ist ein... Äh... Eleporter? Wird schon... Nee. Jetzt dafür wäre da irgendwo mal kein X. Eigentlich. Ja. Äh, ist das irgendwas zum Abwerfen? Könnt das sein? Genau, kann sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir spielen hier auf einer Map ohne Himmel. Was? Es gibt keinen Himmel? Ja. Alle begläubigten Christen, bitte mal aufschreien. Nein. Pass auf, da ohne ist ein Loch, ne? Kontakt gemacht. Ich weiß nicht, wie man sich damit bewegt hat. Äh, 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 aua. Keiner Boll. Ich denke, das wird nicht mögen. Meine Mama hat gesagt, das tut ganz schön weh, wenn sie sie da reinkriegt. Ach, Jimmy, deine Mama war eine gute Phase. Ich bin in einer schreitenden Form. Nein. Hihi. Feuer! Hihi. Hä? Falsche Richtung. Kontakt lost. Okay, der Noxi hat gewonnen, liebe Freunde. Jeder hat einmal gewonnen. Ja, genau, jeder hat einmal gewonnen und das war es dann auch für heute. Der Noxi, erster Platz. Ich bin zweiter Platz, Ipica, yay, und Dynamo, der dritte Platz. Und ich bin hiermit aufgelistet, yay. Ja, wo ist denn der Noxi? Der hat das letzte Mal so komisch gefragt. Du bist ja gar nicht mehr aufgeführt. Doch, Noxi hat eine Kiste zerstört, Glückwunsch. Yeah, Antikapitalismus. Yeah, der Kistenzerstörer Noxi. Und dann würde ich jetzt sagen, oh, scheiße, ich muss jetzt anfangen, muss zu husten. Scheiße. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschüss. Ich meinte natürlich Sonntag.